Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns hier in der Flüchtlingsunterkunft Hedstedt des Landkreises Mansfeld-Südharz. Diese Einrichtung wurde vor knapp einem Jahr ins Leben gerufen. Wir haben auch darüber berichtet. In den vergangenen Monaten haben sich die Gründe nicht geändert, warum diese Einrichtung hier geschaffen werden musste. Ganz im Gegenteil, die Situation hat sich verschärft. Vor diesem Hintergrund hat die Staatssekretärin im Landesministerium für Arbeitssoziales, Gesundheit und Gleichstellung, Frau Möbeck, der MZ, ein Interview gegeben. Da ging es um das Thema unkontrollierte Migration und Integration in den einzelnen Teilen des Landes. Das hat sicherlich nicht jeder gelesen. Es hat aber doch Kreise gezogen. Unter anderem fühlte sich Landrat André Schröder genötigt, auf dieses Interview zu reagieren und dem Ministerium ein Antwortschreiben zu geben. Warum er das tat und was da drin steht, darum soll es im Folgenden gehen. Neben mir Landrat André Schröder und an ihn nun die Frage, was waren denn da aus ihrer Sicht die kontroversesten Antworten von Frau Möbeck? Ja, man muss sich das mal vorstellen. Die Integrationsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt, Staatssekretärin, Vertreterin der Landesregierung, ignoriert die Hilferufe der Kommunen und sagt, die Lage ist beherrschbar, sie ist gestaltbar. Es ist nur eine Frage der gerechten Verteilung. Die Kommunen müssten einfach mehr Solidarität üben mit den Kommunen, die noch mehr Flüchtlinge aufgenommen haben. Es sei alles lösbar und die irreguläre Migration, die humanitäre Zuwanderung überfordert nicht unsere Strukturen und sie kann sogar einen Beitrag zur Lösung aller Arbeitsmarktprobleme leisten. Und selten waren doch diese Aussagen mit der Lebenswirklichkeit so wenig in Übereinstimmung zu bringen. Und deswegen hat der Landkreistag reagiert, deswegen die Landräte. Und auch hier die Situation im Ansfeld Südharz ist eine andere. Ja genau, welche Situation ist denn jetzt aktuell hier im Landkreis zu verzeichnen? Also wir haben eine hohe Solidarität mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Wir haben jetzt ca. 883 registrierte Ukrainer, aber es sind ja die Kriegsflüchtlinge selber, die entscheiden, wo sie sich in Deutschland registrieren lassen. Und die hier registrierten 883, die bringen wir unter mit anderen Flüchtlingen aus anderen Ländern, die es ja auch noch gibt. Etwa 600 im Landkreis Manzfeld Südharz kommen aus anderen Ländern. Und die sind in drei Gemeinschaftsunterkünften untergebracht und dann dezentral mit freien Trägern, in Wohnungen, im ganzen Landkreis. Aber die Unterbringungskapazitäten gehen zu Ende. Und was noch viel schlimmer ist, die Leute kommen ja nicht nur an, brauchen ein Dach über den Kopf und essen. Sie müssen ja auch integriert werden. Wir brauchen Kita-Plätze, wir brauchen ärztliche, medizinische Versorgung. Wir brauchen Kapazitäten an unseren Schulen. Und diese ganzen kommunalen Infrastrukturen, die kommen jetzt an ihre Grenze. Und deswegen muss der Bund handeln. Er muss nicht nur ausfinanzieren, denn vieles bleibt an den Kommunen hängen. Wir erhöhen unser Defizit. Das heißt, wir leisten gerade Flüchtlingshilfe auf Pump. Das kann nicht die Lösung sein. Aber selbst wenn das Geld käme, blieben ja auch die personellen Kapazitäten beschränkt. Das heißt, Betreuungsschlüssel, Qualifikationsanforderungen sind einfach nicht mehr einlösbar. Bleiben wir mal beim Thema Geld. Auch das hat jetzt schon Konsequenzen für den Landkreis. Richtig. Also wir haben ja Hilfen zwar von Bund und Land erhalten, aber die reichen natürlich längst nicht mehr aus. Wir haben natürlich auch eine Belastung unseres Personals. Aber über die Personalbelastung hinaus sind etwa 1,5 Millionen Euro in diesem Jahr. Tatsächlich das Defizit, was im Landkreis bleibt, an Kosten, die wir nicht umlegen können. An den Unterkunftskosten sind wir ja zu einem Drittel zum Beispiel beteiligt. Krankenhilfen, all das summiert sich etwa auf 1,5 Millionen in diesem Jahr. Und das finanzieren wir über Kreditaufnahmen. Ihr Schreiben an das Ministerium war ja nun eine Reaktion auf dieses Interview ganz unmittelbar. Aber was muss passieren, um der Situation Herr zu werden? Wir wollen attraktiv sein für Zuwanderung. Wir haben auch einen echten Bedarf und wir wollen die Leute hier willkommen heißen. Aber umso wichtiger ist es, dass unsere kommunalen Infrastrukturen nicht überfordert werden. Dass sie die Last auch tragen können bei der humanitären Migration. Wir wollen das alles leisten, brauchen dafür auch entsprechende Finanzierungsmittel. Wir brauchen personelle Kapazitäten. Viele Standards sind nicht mehr einlösbar. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir dann in den Integrationsleistungen nicht mehr hinterherkommen, dass dann auch kritisch hinterfragt wird, wie viel Zuwanderung können wir denn unkontrolliert auch tatsächlich zulassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Bund hier gefragt ist. Es ist eine Frage der Bundesregierung, nicht des Landes, nicht der Kommunen, hier für eine Kontrolle zu sorgen und für eine Kontrollierbarkeit, Beherrschbarkeit der Situation. Und da gibt es ganz viele Vorschläge, die die Bundesinnenministerin längst kennt. Und eine europäische Abstimmung auch für sichere Außengrenzen, für Verfahren, wo auch eine Prüfung erfolgt vor Einreise. Ist denn der Schutzstatus überhaupt gewährleistet? Es gibt Verfahren, die in anderen europäischen Ländern laufen. Nach deren Abschluss kommen die Menschen trotzdem noch zu uns. All das kann man abwenden, wenn man eine europäische Lösung findet. Und dazu müsste Deutschland bereit sein und mal vom hohen moralischen Rost steigen. Haben Sie da viel Hoffnung, dass sich da an der Politik der Bundesregierung was ändert? Nach den ersten beiden Flüchtlingsgipfeln auf Bundesebene kann man diese Hoffnung leicht verlieren. Aber am Ende muss der Bund ja reagieren. Und er muss ja die Lebenswirklichkeit, die Fakten zur Kenntnis nehmen. Es sind jetzt Arbeitsgruppen gebildet worden. Man darf gespannt sein, was da rauskommt. Aber der Bund muss dringend handeln. An der Stelle erstmal vielen Dank für die Situationsschuldung. Vielen Dank.